Servus und hallo zu Ori and the Will of the Wisps. Lange her dass ich es gespielt habe. Für euch nicht. Für euch kam täglich ein Video und das möchte ich auch weiter so behalten. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Vorweg mal vielen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen die ich bekommen habe in die Kommentare und auch sonst. Ich dachte vielleicht ist da null Interesse da, wenn sie das so ewig zieht. Aber es gibt anscheinend doch Leute die es sich anschauen. Einen schönen Gruß an eine bestimmte Person. Die meint hat ja schade dass keine Verabschiedung und keine begrüßung gibt. Hallo. Speziell an dich. Hallo. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Es ist wirklich schon lange her dass ich gespielt habe. Ich weiß nur ungefähr an welcher Stelle das wir waren und das ganz grausam ist. Und ich werde sehr viele Versuche brauchen bis ich das jetzt wahrscheinlich schaffe. Wenn es unschaffbar wird muss ich tatsächlich bei dieser Stelle den Schwierigkeitsgrad runterstellen weil dann habe ich mir ein save point. Aber jetzt schauen wir erst mal. So genug geredet. Ah ja hier haben wir schon ein save. Ok. Windruinen. Das war das. Das war das. Das war das. Was war das? Weiß ich nicht. Ah hier konnte ich Dinge auswählen. Moment da. Das war das. Was war das? Weiß ich nicht. Ah hier konnte ich Dinge auswählen. Moment da. Muss ich jetzt erst mal schauen wie ich das hier konfiguriert habe. Ah was haben wir denn? Energie. Ok das wird schon so passen. Hier rechts oben ist ein save point. Hier rechts oben ist ein save point. Da war ich wahrscheinlich schon. Ah Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah das. Ok. Ich muss tatsächlich erst mal wieder reinkommen. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Das. Was. Ok. Da geht es wahrscheinlich. Ja. Hier geht der wahnsinn los. Hm. Ich hoffe, die muss ich das Intro nicht zu oft ansehen. Egal. Ich hoffe, dass sie das relativ zackig hier schaffen. So, herkommen. So, ich hoffe, das Mikro passt auch noch irgendwie. Das Spiel ist jetzt schon so lange her, dass ich Uri gespielt habe. So, und jetzt geht der Wahnsinn los. Lauf! So, und verkackt, oder? So, sorry, wenn ich wenig sage hier. Oh Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh Gott, das ist etwas hektisch. Ich gebe gut, das wird ganz furchtbar. So, ich bin tot, ich bin tot. Oh Gott. Was ich hier so klicken hört, ist mein neuer Controller. der andere der war tatsächlich im arsch auch wenn man es einen harassen nicht glaubt ich bin doch schon wieder tot ja toll irgendwer will jetzt auch noch irgendwas in die gebümmelt jetzt egal okay bis hierher klappt ja immer ganz gut aber der ist knapp Udi komm mach keinen scheiß oh Gott sei das ich kann doch schon wieder vergessen es ist echt stressig komm 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 okay Ich bin kurz davor, hier die Schwierigkeit auf leicht zu stellen und hoffen, dass ihr mehr Save Points dann habt. Ah, nicht so gut, weil es ist tatsächlich heftig. Ja, und hier, jedes Mal verkackel ich hier. So, Optionen, es tut mir leid. Ähm. Ähm. Ich muss hier im Hauptmeni machen, dass ich hier die Schwierigkeiten ändere. Was ist denn das für ein Drecks-Controller hier? Das sind nur kaputter wie andere. Ich musste mich eh so irrgern. Das kann ich ja nebenbei nur erzählen, weil ich hier nicht so stressig hier wäre. Ich habe jetzt einen Controller gekauft, Xbox-Controller. Und das habe ich bekommen, irgendeinen Billighiersteller. Ärger, ne? Aber ich brauche halt einen neuen Controller, darum habe ich den jetzt behalten. Ich bin trotzdem ärgerlich. Trotzdem ärgerlich. Ich bin wieder hier. Kurz und knapp, es geht nicht. Ich könnte das jetzt alles rausschneiden, aber... Ja, jetzt müssen wir uns halt das nochmal anschauen. Schwierigkeitsgrad ändern unterm Spiel geht nicht. Das ist ja schade. Das ging nämlich nur vor Lunge. Man hat halt dann bestimmte Achievements nicht bekommen. Logisch. Aber man konnte immer weniger weiterkommen. Das fand ich gut. Tatsache. So, egal. Dann sterben wir halt hier ein paar Mal weiter. Ganz eventuell, wenn ich jetzt hier drei Stunden sitze für diese Passage, werde ich es ein bisschen zurecht stutzen. Also zurecht schneiden. Ja komm. So, kannst du jetzt irgendwie eventuell unter Umständen... ... ... ... Ja. Fuck hier war. Das war doch Okay, so Hier, hier, hier Komm Nein, nicht sterben So, komm Ah, kacke Da bin ich 3, kummer Okay, einfach in Ruhe, konzentriert spielen Einfach mal ignorieren, dass hinter uns so ein riesen Sandwurm ist Komm Hier können wir immer nicht weiter So Nein, nicht sterben Nicht sterben Hier, hier, hier Ja, warum Warum schaffe ich nicht mehr? Ja, ich bin hier Aber Ja, ich bin hier